Heute wird es nicht so kompliziert wie beim letzten Mal, allerdings wird es nicht minder klausurrelevant. Wir schauen uns die unlautere Behinderung nach § 4 Nr. 4 UWG an und in unserer Übersicht sind wir jetzt beim Schutz der Handlungsfreiheit. Und genau, das Schema sieht wie folgt aus. Wir sind immer noch bei der Unzulässigkeit und diesmal müssen wir schauen, liegt eine Behinderung vor. Hier, wir sind beim Mitbewerberschutz, also muss auch ein Mitbewerber vorliegen und dann muss diese Behinderung unlauter sein. Also beim § 4 Nr. 4 solltet ihr nicht lesen, Mitbewerber gezielt behindert, sondern eine unlautere Behinderung. Das solltet ihr hier lesen. Dieses gezielt ist als unlauter zu verstehen. Das ist wichtig, weil, ja, also der 4 Nr. 4, ihr seht es hier, das ist eine ganz kurze Norm, drei Wörter und die ist natürlich dann maßgeblich durch die Rechtsprechung geprägt. Und genau, also dieses gezielt, und das werde ich gleich auch nochmal betonen, das gezielt meint nicht absichtlich. Das ist wichtig. Also das gezielt meint unlauter. Und dann müsst ihr noch als vierten Punkt eine Interessenabwägung machen, wobei diese Interessenabwägung muss man eher bei dieser zweiten Fallgruppe machen, bei diesem Behinderungszweck, ja, nicht so wirklich. Schauen wir uns gleich an. Gut, zunächst einmal die Definition der Behinderung. Eine Behinderung ist eine Beeinträchtigung der Entfaltungsmöglichkeiten des Mitbewerbers. Und genau, diese Definition, ja, kann man können, ist jetzt aber auch nicht wirklich ein Genickbruch, wenn ihr die nicht könnt. Okay. Dann komme ich jetzt zu der Prüfung von 4 Nummer 4 und damit möchte ich, und da möchte ich mit einem Zitat vom BGH anfangen. Also hier machen wir mal einen kurzen Schnitt. Der BGH sagt hier, wenn ein Zweck verfolgt wird, der ein Behinderungszweck verfolgt wird, dann soll das unlauter sein. Oder wenn die Mitbewerber ihre Leistung am Markt nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen können. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, lässt sich nur aufgrund einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Interessen der Mitbewerber, Verbraucher und sonstiger Marktteilnehmer sowie der Allgemeinheit, also hier hat der BGH den Paragraf 1 UWG im Hinterkopf beurteilen. Also das sind ja die Interessen, die im Paragrafen 1 UWG genannt sind. Genau, das ist die ständige Rechtsprechung des BGH. Und wir schauen uns jetzt diese beiden Fallgruppen an, um die Unlauterkeit zu bestimmen. Also hier nochmal der Hinweis, dieses Unlauter handelt wer Mitbewerber gezielt behindert. Das gezielt meint nicht absichtlich, sondern das gezielt meint unlauter. Und für die Bestimmung der Unlauterkeit gibt es diese zwei Unterfälle, ob diese Behinderung unlauter ist. Und das ist dann der Fall, wenn ein Behinderungszweck verfolgt wird oder wenn die Mitbewerber ihre eigene Leistung nicht mehr angemessen zur Geltung bringen können. Und dann müssen wir noch am Ende eine Interessenabwägung machen, insbesondere bei diesem zweiten Fall. Okay, schauen wir uns jetzt die Fallgruppen an. Und hier seht ihr die Fallgruppen. Einmal die Fallgruppen der Betriebsstörung und einmal die Fallgruppen der Absatzstörung. Erste Fallgruppe der Betriebsstörung. Übrigens, hier gibt es mega viele Fallgruppen, die kann man hier eigentlich alle gar nicht nennen. Da müsste man im Kommentar nachschauen. Und es gibt super viele Fallgruppen, super viele Entscheidungen. Und ja, ich nenne hier nur ein paar, die auch der Professor Oli genannt hat. Genau, also das sind so auch die klausurrelevantesten Fallgruppen. Zunächst einmal der Testkauf. Der Testkauf ist natürlich grundsätzlich erlaubt. Ich darf als Mitbewerber, darf ich grundsätzlich als BMW AG, darf ich natürlich einen Mercedes kaufen und den dann auseinandernehmen und mir den anschauen. Aha, wie haben die da was verbaut. Das ist grundsätzlich erlaubt und das sieht man auch häufig zum Beispiel auf X. Da sieht man häufig, dass zum Beispiel Ford oder so das Tesla-Auto gekauft haben, um das dann näher zu untersuchen. Also Testkäufe sind grundsätzlich erlaubt. Allerdings, und hier seht ihr das, wenn mehr hinzukommt, dann ist das unlauter. Zum Beispiel darf der, sagen wir es geht um eine Kaffeemaschine, dann darf ich als Mitbewerber, darf jetzt nicht laut in das Geschäft von denen gehen und sagen, aha, hier ist eine Patentverletzung, diese Kaffeemaschine verletzt unser Patent und wir kaufen das jetzt, um zu zeigen, dass das, ja, um halt ein Beweisexemplar zu haben für den Prozess, den wir dann sehr bald vor Gericht führen werden. Irgendwie so, also, und da sieht man ja, da zieht man auch die Aufmerksamkeit der Leute auf sich und das ist natürlich dann nicht erlaubt. Und genau, also, ja, ein komischer Fall. Diese Fälle der Betriebsstörung sind auch übrigens ziemlich selten. Das habe ich auch hier schon erwähnt. Dieser Behinderungszweck, also die Betriebsstörung ist sehr selten. Viel relevanter in der Praxis ist dieser zweite Fall. Aber okay, nichtsdestotrotz müssen wir uns die Betriebsstörung anschauen. Das war jetzt die erste Fallgruppe. Dann die zweite Fallgruppe ist das Abwerben von Mitarbeitern. Und natürlich ist das auch wieder erlaubt. BMW darf natürlich Mitarbeiter von Mercedes abwerben, indem die bessere Arbeitsbedingungen oder so anbieten. Das ist grundsätzlich erlaubt. Aber natürlich nicht dann, wenn abgeworben wird, um Geschäftsgeheimnisse auszuspähen. Beispielsweise. Das wäre natürlich dann nicht mehr erlaubt. Das ist dann unlauter und dann liegt eine gezielte Behinderung oder eine unlautere Behinderung vor. Genau. Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung. Und das ist nochmal wahrscheinlich der mit Abstand klausurrelevanteste Fall. Und das ist der Fall, wo ich, sagen wir, ich habe ein Patent und ich bin jetzt Mitbewerber von dem Kaffeemaschinenhersteller X. Und ich sage, und ich mahne den ab. Hey, X, du verletzt mein Patent mit dem In-Verkehr-Bringen deiner Kaffeemaschine. Oder mit dem, genau, indem du halt auch diese Kaffeemaschine herstellst. Und das Unternehmen X muss sich natürlich jetzt einen Anwalt nehmen. Und ja, vielleicht muss das Unternehmen X auch seine Produktion stoppen. Weil, ja, man möchte natürlich nicht weiter die Patente verletzen. Also das Unternehmen X muss gegebenenfalls Produktion stoppen und sicherlich einen Anwalt holen. Also da fallen Kosten an, beziehungsweise unfreiwillige Vermögenseinbußen, also Schäden. So, und jetzt stellt sich heraus, aha, das Patent wurde gar nicht verletzt. Ja, in diesen Fällen muss doch das Unternehmen X gegen mich einen Anspruch haben. Genau, und das ist dieser Fall der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung. Der fällt unter Paragraph 4 Nummer 4 UWG. Und die Voraussetzungen davon sind die folgenden. Erstmal brauchen wir ein Schutzrecht. Okay, ich habe ein Patent, ist erfüllt. Wir brauchen eine Abmahnung. Ja, ich habe das Unternehmen X abgemahnt. Die muss unberechtigt gewesen sein. Ja, in Wirklichkeit hat das Unternehmen X gar nicht das Patent verletzt. Nehmen wir mal an. Dann, ja, die Interessenabwägung ist ein bisschen strittig. Und viertens, oder fünftens, dann für einen Schadensersatz wird dann noch das Verschulden natürlich gefordert. Das ist ein allgemeiner zivilrechtlicher Grundsatz. Für Schadensersatz ist immer Verschulden erforderlich. Okay, das sind also die Voraussetzungen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal einen Beispielfall. Mal schauen, bin mir noch nicht ganz sicher. Dann, zweite Fallgruppe. Also, das war jetzt die erste Fallgruppe. Das ist die Betriebsstörung. Also, man wirkt auf den Betrieb sozusagen ein. Und die Absatzstörung ist, man wirkt jetzt auf die Beziehung zwischen dem Unternehmen mit den Kunden ein. Beispiel hier, das Abfangen oder Abwerben von Kunden. Natürlich ist das Abfangen oder Abwerben von Kunden grundsätzlich erlaubt. Natürlich. Allerdings nicht mehr dann, wenn ich Mitbewerber bin und jetzt den Kunden zur Vertragsverletzung verleite. Also, beispielsweise, das war bei diesen Bundesliga oder bei diesen Ticketverkäufen so, da steht dann in den AGB drin, dieses, ja, man kann das nicht weiterverkaufen. Und das ist ein Abtretungsverbot, 399 Variante 2 BGB. Und jetzt komme ich als, wie heißen die, Eventim und sowas, die halt diese Tickets kaufen und gehe zu dem Käufer hin und sage, hey, verkauf mir dieses Ticket. Und ja, und dann verleite ich ihn, dann verleite ich ja den rechtmäßigen Erwerber, der hat das ja ganz normal gekauft als Privatperson, dann verleite ich ihn ja zur Vertragsverletzung, weil er darf ja gar nicht diese Karten weiterverkaufen. Okay. Okay. Dann noch die Werbebehinderung, das ist, ja, ein bisschen schrittig. Also, der BGH hat hier entschieden, nein, ein Werbeblocker stört nicht den Absatz zwischen, das waren Zeitungsunternehmen, zwischen dem Zeitungsunternehmen und den Kunden, weil man hat auch ein Recht darauf, keine Werbung zu bekommen. Das folgt auch aus dem Paragraph 7 UWG, ja, okay. Dritte Fallgruppe, aber es kann natürlich Fälle geben, wo das unlauter ist. So, dritte Fallgruppe ist das Einwirken auf Produkte eines Mitbewerbers. Ja, natürlich, wenn ich in das Geschäft des Mitbewerbers gehe und dort alle Kaffeemaschinen runterwerfe, ja, dann ist das natürlich eine Absatzstörung. Okay, ein Fall vom BGH war die Cheating-Software, nämlich, da hat, ja, das war für World of Warcraft und ich hab's tatsächlich, ah doch, ich hab schon mal World of Warcraft gespielt, aber ganz kurz. Und, ja, jedenfalls gibt's dafür Cheating-Software und diese Cheating-Software hat bewirkt, dass man nicht mehr farmen muss, also, man muss nicht, keine Ahnung, so lästige Tätigkeiten machen wie, ich weiß jetzt nicht, ich kenn mich in dem Spiel nicht aus, aber, sagen wir, man muss, ja, man muss regelmäßig irgendwie das Feld pflügen, um dass neue Ernte wächst. Irgendwie so. Und das hat diese Cheating-Software automatisiert. Und jetzt hat der BGH gesagt, das ist ein Einwirken auf Produkte eines Mitbewerbers, nämlich auf, ähm, auf Blizzard mit, äh, mit World of Warcraft. Also, da wurde eingewirkt auf diese, auf dieses Computerspiel und diese, dieses, dieses Einwirken war auch unlauter, weil wegen dieser Cheating-Software wird das Spiel unattraktiver. Weil ich hab natürlich keine Lust gegen Cheater zu spielen und, also ich, wenn ich World of Warcraft spielen würde und ich spiel das ganz normal und andere, äh, andere spielen das mit der Cheating-Software, dann nimmt mir das natürlich den Spielspaß, weil, ja, die haben natürlich einen Vorteil. Ich kann natürlich nicht automatisiert farmen, sondern muss das manuell machen. Genau, also, noch besser ist es natürlich bei, bei Shooter-Spielen mit dem Aim-Bot. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn gegen, äh, gegen Computer zu spielen. Okay. Oder auch natürlich beim Schach. Also, ich bin ja Schach-Spieler, wie man an meinem, wie man an meinem, ja, YouTube-Profil sehen kann. Und, ja, da macht es natürlich überhaupt keinen Spaß gegen einen Computer zu spielen, weil jeder verliert gegen den Computer. Gut. Viertens, und das ist nochmal interessant für Leute aus dem Schwerpunktbereich, äh, also Schwerpunktbereich, die, die auch Kartellrecht haben und auch Markenrecht. Bei Markenrecht sind auch die selektiven Vertriebssysteme ganz interessant. Und das sind diese selektiven Vertriebssysteme. Ähm, bei den selektiven Vertriebssystemen ist es so, das ist meistens bei solchen Luxus-Produkten so, so Parfüms beispielsweise. Und dann diese Parfüms werden dann natürlich nicht an Supermärkte verkauft. Sagen wir so ein Parfüm, äh, 100 Milliliter für 70 Euro. Das wird natürlich nicht in Supermärkten verkauft, sondern das wird in Parfümerien verkauft. Oder bei so, ja, Douglas vielleicht auch, ja. Genau, also, da, da sucht sich der Hersteller von dem Parfüm, sucht sich ganz bewusst die Orte aus, wo das Parfüm verkauft wird. Und diese Vertriebssysteme sind grundsätzlich erlaubt, auch kartellrechtlich, zumindest wenn das qualitative Vertriebssysteme sind. Quantitative Vertriebssysteme sind, ja, ich glaub, grundsätzlich nicht erlaubt, äh, das ist sicher. Also, quantitativ meint, ja, egal, komm ich im Kartellrecht zu. So, also, qualitative Vertriebssysteme sind grundsätzlich erlaubt, aber wenn wieder weitere Umstände hinzutreten, dann ergibt die Interessenabwägung, die wir hier vornehmen, dass eine Unlauterkeit vorliegt und weitere Umstände könnten beispielsweise sein, dass die Kontrollnummern beseitigt werden oder dass ein Schleichbezug vorliegt. Also, Kontrollnummern beseitigt, wenn, ja, normalerweise haben diese Parfüms so Kontrollnummern und wenn diese dann beseitigt werden, dann sehe ich als Hersteller gar nicht mehr, wo dieses Leck, wo diese, dieser, diese Lücke, dieser Fehler im Vertriebssystem liegt und kann dann gar nicht dagegen vorgehen. Sondern, ja, normalerweise ist es so, es hat eine Kontrollnummer und dann kann ich genau verfolgen, aha, von da ging das nach da, dann nach da und dann ging es an den, aha, da ist also diese Lücke im Vertriebssystem, der hat die, ja, der hat das an jemanden verkauft, wo er, an den er gar nicht verkaufen durfte, aha, das ist dann, das ist der Sinn hinter den Kontrollnummern. Wenn man aber diese Kontrollnummern beseitigt, dann kann man das nicht mehr nachvollziehen als Hersteller und dann ist das unlauter. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Ja, viel, viel Richterrecht hier, also viel Rechtsprechung, die ihr berücksichtigen müsst, aber ich denke, das ist machbar und dann könnt ihr ein Like da lassen, das hilft mir enorm. Dann könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye. Vielen Dank.